leute 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 da hat es eben geklingelt und da ist sie endlich da irgendwie später als sonst beim jahr habe ich aber nur das gefühl kann ich nicht sagen auf jeden fall ist sie da die better fishing box august leute und ich freue mich schon richtig drauf bin gespannt was hier drin ist ob wir auch sehr viele heartbates erleben oder irgendwas anderes ich guck mal gerade aber sie sieht schon wieder sehr 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 groß aus und das ist immer sehr vielversprechend sehr vielversprechend aber richtig enttäuscht wurden wir ja eigentlich von der better fishing box noch nie außer ihr zerreißt die öffnung hier aber wir haben noch eine andere seite dass sie bei einem usb stick ihr habt eigentlich zwei möglichkeiten den usb stick richtig rum rein zu stecken hilft die chance und schafft es erst beim dritten mal immer so ist immer so wie kriegt das ist das hier oben oder unten leute video halbe stunde läuft und ich habe hier nicht mal in den kommentaren steht gleich wieder ich wollte köder sehen und nicht irgendwelche box openings so jetzt habe ich es auch leider jetzt ja oh mein gott wir gehen rein und jetzt wieder einiges los hier ist aber wieder eines so ist better fishing box xxl august leute und ich würde sagen wir fangen einfach was denn hier passiert und jetzt aber er ist aber schon ein bisschen mitgenommen aber nicht so schlimm wir haben hier westin drop bite 12 kilo und jigs spinner ist einfach immer eine macht im sommer ist eigentlich immer eine bank zwölf kilo ist auch ein geiles gewicht der drop hat doch so ein bisschen volumen guck dir mal an der doch echt gut volumen uv aktiv kann man gut sehen der westin drop bite mit einem schönen silbernen blatt der ball hat eine 12 gramm kann man gut fischen gute bank barsch hecht als auch zander schön langsam über dem boden jiggern oder schleifen easy und dann geht das westin drop bite das ist schon mal guter start ist schon mal ein guter start wenn allein nur mit dem köder könnt ihr einige fische fangen westin drop bite let's go machen wir noch weiter haben wir direkt noch so eine art jigs spinner das ist der von fisch aus der espirale der espirale metalwip schön ist irgendwas bei wir haben hier 3,5 cm 10 gerade sieht gar nicht aus wie 10 gramm krass er sieht wie viel leichter aus ich mach dir mal auf der sieht nämlich so an ich hätte ich mal bedenken dass der hier eigentlich nicht so richtig läuft ich kann euch nicht erklären warum aber habe ich das gefühl ich habe den noch nie gefischt aber der sieht für mich aus wie ein bachköder allein noch mit dem kleinen drilling na und so barsch auf jeden fall forelle kann man den auf jeden fall fischen und der sieht einfach nicht aus wie 10 gramm der hat hier so einen mega dünnen körper und hier hat dann den mega schweren kopf da wo das meiste gewicht drin steckt dann hier das kleine schwänzchen was glaube ich für mikrobewegung noch mal sorgen soll extra dann hier dann mal und dann haben wir hier noch einen kleinen karabiner wenn das festgemacht wird ja das ist der espirale metalwip 10 gramm 3,5 cm ein schöner kleiner köder leute ein schöner kleiner köder ich habe ihn selbst noch nie gefischt aber passend noch zum seiten der mini brut fische match the hatch kann der auf jeden fall was bringen ich würde natürlich eigentlich eher den fischen aber der ist natürlich auch interessant auf jeden fall top water leute top water they call me john cena okay das ist vielleicht nicht meter craft popper 12 gramm 70 millimeter der china oder der zianer der ich nenne den china das ist john cena wenn der als wasser ausschlägt pam 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 wenn er den so dadurch poppt dann falls ihr jemals diesen köder hier raus bekommt leute na weil wenn nicht könnt ihr auch nicht topwater fischen dann leute ihr merkt es gibt leichte schwierigkeiten ach der ist da festgemacht kann ich den hier so rausziehen ich glaube der sollte da gar nicht oder die haben ja mit absicht also durchgesteckt das kann natürlich sein so das ist der der sieht aber richtig gut aus guckt euch mal das an oben auf jeden fall durchsichtig unten ist immer interessant bei topwater ködern ich glaube zu also ich denke es einfach immer besser wenn man unten eine dunklere oberfläche hat den uv aktiv haben keine uv aktivität ist auch gar nicht so wichtig aber der macht lärm beim poppen poppt er richtig rein pam 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 machte geräusche und schöne natürliche farbe aber ich glaube es nach meinem empfinden ist es besser wenn es unten ein bisschen dunkler ist weil wenn der fisch nach oben guckt und er sieht er erstmal nur hell dann braucht er ein anderes kontrastprogramm außer bewölkt oder sonst irgendwas ein bisschen dunkler dann ist natürlich was anderes so was haben wir denn hier für daten dass die haken sind sehr scharf und müssen mit vorsicht behandelt werden nur zum angeln verwenden für kinderunzüge nicht wenig waren steht irgendwo wie groß der ist tpp 70 ist es 70 millimeter vielleicht 70 millimeter 12 gramm perfekt habe ich wahrscheinlich eben schon gesagt 70 millimeter 12 gramm schöne natürliche natürliche farbe von diesem popper oder wieder rein so was haben wir noch hier kommen zu den gummies da haben wir einmal von storm den talk minnow sieht nach einem zehn zentimeter köder aus ja ist es auch zehn zentimeter köder 12 gramm ist dabei was man gucken ob wir den mal aufmachen jemand einen raus hat morgen habe ich auch schon ein paar mal in der hand zumindest kommt mir das so ja ja auf jeden fall wie ich meine okay elastisch er ist auf jeden fall ein schöner zander köder schön zander hecht größere barsche geht alles hier oben haben wir eine haken kerbe hier unten haben wir eine einkerbung für ein offset haken oder für euren euer duftgel was ihr habt jetzt wahrscheinlich auch uv aktiv gar nicht mehr so gar nicht mehr so okay alles klar was ist von storm zehn zentimeter höder denkt man dass ihr die better fishing box die möglichkeit habt am sonntag auch zu gewinnen am samstag zu gewinnen in den angel news so was haben wir hier von sakura swimbait interessanter gemacht das swimbait der dekai der dekai swimbait 120 millimeter also 12 zentimeter und steht ein gewicht mit bei 28 cr 360 grad rotating hook okay was sagt uns das leute dass der köder an guten mehr was das jetzt sag mal auf jetzt ja rotating hook dass der köder an karabiner hängt und dann keine nicht ausgehebelt werden kann vom fisch wahrscheinlich der jetzt hier auf ja so leute kriegen wir niemals daraus doch jetzt okay sieht cool aus ist vorne so ein bisschen voluminöser dicker hat ein schönes farbmuster mit diesem gold glänzend schimmernd können wir vorstellen dass die auch uv aktiv sind das rot und die streifen oh ja guck dich das an rot und die streifen absolut uv aktiv sieht mega geil aus schön hier haben wir schon fertig geriggt leute wie ihr seht drilling das ist der 360 grad super haken wer ist der noch mal 360 grad rotation hook ich habe es kaputt gemacht leute ich weiß es nicht das ist der super haken das heißt er ist ready to fish einfach angehangen und ab geht's leute und ab geht's wie schwer ist der denn eigentlich 28 cr was heißt das schreibt mir in den kommentaren leute er ist sogar lead free leute 28 cr wie viel hat er 20 gramm ihr könnt ja auch noch was reinmachen gewicht wahrscheinlich könnt ihr da reinstecken gewichte oder aber auch gel oder ihr könnt euren haken ja auch so reinmachen wenn ihr wollt weil es ist auch dafür gedacht dass ihr da euren haken rein macht und dann könnt ihr den einfach so durchs wasser gleiten lassen ich glaube dass dafür gedacht dass er ultra smart diese hakenöse hier reinzubauen dass er dann den haken einmal so rein weil sonst hängt der haken immer hier und schleift das ganze kraut mit ihr habt unendlich viele hänger und deswegen hier das cool das sehr sehr cool gemacht cool mit gedacht wow wirklich stark wirklich stark ja da hätte ich nicht habe ich habe ich so noch nicht gesehen dann aber hier ein bisschen strawberry süßigkeit sweet und dann haben wir hier fladen nicht das brot leute 17 gramm 10 zentimeter der 3d minnow fladen stark lila wobbler wie tief geht der steht da was dabei 17 gramm 10 zentimeter und hier nicht 10 zentimeter aber lauftiefe steht hier nirgendwo dabei auch nicht auf dem köder okay aber ich würde sagen zum zander wobbeln kann man den auf jeden fall benutzen einfach an der steinpackung langsam entlang ziehen schöne farbe mit dem lila gefällt mir sehr gut dann haben wir hier noch manolo und co hart ein 65 mm 6,5 cm barsch gummi oder kleineren gummi ohne kopf vorne dran damit man den schon gut auf den dick kopf machen kann mit dem harten gummi hart ist da echt programm jetzt nicht zu hart aber wenn ich eben gerade den hier in der hand hatte den talk minnow da ist ein schönes weiches gummi gehabt nicht der ist auch weich aber ist ein bisschen härter in der form ich zeige nicht mehr jetzt auf jeden fall ein bisschen härter ein kleiner süßer hier an den jick kopf dran oder an den da check oder was auch immer und dann ab dafür steht auch mal hart dran dann ab damit auf die fische da draußen leute jetzt bei dem guten wetter dass ihr nicht am wasserseits wie ich noch nicht am wasser vielleicht morgen ich hoffe morgen aber wenn ihr das seht dann vielleicht einen anderen tag ich probier morgen zu gehen so die zeit dann haben wir noch alter davon kevin fandam der schon in rente ist sozusagen in angelrente und es ist mit kaffee zusatz und salz mit kaffee zusatz und salz und avec l'odeur de café lc wer 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 und das sieht aus wie so ein pintel bass köder den vielleicht mitnehmen ob die azoren oder was ich den mann der riecht gut wirklich der ist hier unten so abgeflacht wie so ein egel wenn man den also übers wasser ziehen könnte zu braun lila gold pigmenten ihr seht und hier dann dieser schwanz ich wird den kann man gut auch als pintel fischen aber er glaube ich gedacht an carolina texas rig und dann schleift man den ein bisschen über dem boden lässt ein bisschen hoch springen und dann wackelt der schwanz so runter so als kleiner wurm und wurm egel imitat kann man dem stimmt ganz gut nutzen leute kann man den bestimmt ganz guten nutzen weil das ist noch nicht alles gewesen ein köder hammer noch das kommt mir immer so viel vorne dann haben wir von street den chatterbait 5 gramm weiß gar nicht mehr wie lange der überhaupt noch existieren wird also falls ihr aufgrund der übernahme von sagt mal schnell ort findungsstörung ich weiß gar nicht hätten gar nicht ein aber da wo auch jörg ovens gefischt hat ihr wisst schon da soll street ja geschlossen werden green pumpkin 5 gramm chatterbait habe ich damals sehr sehr gerne gefischt auch preis leistungsmäßig war das immer eine sehr sehr gute bank konnte immer gut fischen deswegen absolut okay mit dem 1 0 haken 5 gramm chatterbait kann man nichts falsch machen dann haben wir hier noch ein aufkleber von g loomies könnte die gunies den film absoluter killer film und ach ja hubertus die alte survival legende ja hubertus der gute und dann haben wir hier noch ein info heft das ist es for a vibration bait ob wir da noch irgendwas finden wassersäule einkommen besonders wenn sich in barsche auf der botwisch von brassen oder rotaugen eingeschossen haben ist dieser köder eine bank ok er wegen dem silber na ja top leute wir haben in dieser box wieder alles dabei also diese box lässt wieder anglerherzen raubfisch anglerherzen höher schlagen wir haben was für an der hecht also zum wobbeln falls wobbeln weil wir haben hier was speziell für hecht aber sogar ein bisschen kleiner gehalten auch ein zander oder ein barsch geht da drauf wir haben ihren popper für die topwater sie sorgen leute wir haben hier hubertus zum survival wir haben hier ein chatterbait für alle fische dieser art ihr könnt euch sogar ein fisch hier aussuchen gummifisch und den als trailer darauf setzen und dann könnt ihr damit durchziehen dann haben wir hier was für die finesse leute dann haben wir hier was für hatch the match für den brutfisch action für kleinere köder dann haben wir hier was für größere zehn zentimeter thunder hecht alles dabei das hatten wir schon dann haben wir ein mini jig spinner und dann haben wir noch einen bank jig spinner drop bite von westin alles dabei diese box leute diese box ist mal wieder komplett durchdacht und hat einfach alles dabei was man als raubfisch angler so braucht wenn ihr diese box mit ans wasser nehmt ihr fangt auf jeden fall am fisch easy easy auf jeden fall geile box muss man sagen richtig richtig geile box in dem sinne leute lasst daumen nach oben da ihr findet alle infos zu better fishing box unten in der infobox und soll ich sagen aber würde ich mich auch sehr freuen weil das war's heute xpd ist alles wichtig bleibt gesund macht's gut euer icy ciao